Ja moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, willkommen an Bord, würde ich mal sagen. Wir sind auf dem Weg Richtung Braunschweig, heute in Fotoburg. Es gibt die Sonne noch, sie ist wieder da und ich habe total Bock, ich habe heute frei. Ich nehme euch heute mit, endlich mal wieder fotografieren. Ich zeige die Bilder, die wir heute machen. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Also, begleitet mich gerne. Dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es gibt sie noch, es gibt sie tatsächlich noch, ihr seht es, die Sonne. Es ist Samstag, ich habe heute frei und ich will heute einen Doppelschlag machen, heute und morgen Vormittag. Endlich mal wieder seit Wochen, Monaten wirklich raus und fotografieren. Es war einfach, hier oben im Norden, richtig Kackwetter. Und deswegen habe ich meine Kamera, 28mm heute dabei. Und ich habe eine neue Kamera, die seht ihr hier. Das ist die DJI Osmo Action 4. Ich dachte, ich rüste da mal ein bisschen auf. Ich hatte eine GoPro 8 und möchte jetzt gerne mit der mal ein bisschen filmen. Auch, weil dieses Jahr es einfach viel zu viel oder viel zu filmen gibt. Und darüber hinaus ist hier so ein kleines Mikro. Das ist über Bluetooth verbunden. Und ja, ich glaube, dass das ganz cool ist, um einfach Fotowalks zu machen, um vielleicht dabei was zu erzählen. Ich sehe selber einen Pegel. Ich kann endlich mal von vorne auf eine Kamera gucken. Und von daher nehme ich euch heute mit. POV Fotowalk, einfach mal raus, endlich mal wieder fotografieren. Viel Spaß. Ja, ich fahre ja immer gerne mal nach Braunschweig rein, obwohl, klar, ihr kennt das, ihr wisst das, hier gibt es eine Milliarde Bilder von mir. Aber dennoch, es geht ja immer darum, einfach es zu machen. Und wenn ich heute halt hier mit, ich weiß nicht, zwei, drei, vier brauchbaren Bildern rausgehe, weil es ist zumindest, ihr seht schon, es ist echt blauer Himmel. Es ist Sonne. Ich nehme euch mal mit zu ein paar Ecken, die ich ganz gut kenne. Und dann wollen wir mal gucken, was man da heute zustande bringt. Und dann wollen wir mal gucken, was man da heute ist. Und dann wollen wir mal gucken. Und dann wollen wir mal gucken, was man da heute ist. Und dann wollen wir mal gucken, was man da heute ist. Und dann wollen wir mal gucken, was man da heute ist. Hier und da fotografiert. Und es hat echt gut getan, mal wieder bei schönem Licht und Sonne unterwegs zu sein. Und deswegen fahre ich jetzt zufrieden nach Hause, schaue mir die Bilder an, schaue mir mal die Qualität der Kamera hier an. Könnt ihr ja auch mal sagen, ja, ist halt einfach, ich denke mal, spannend wird, wenn ich dann zweite Person zum Filmen dabei habe. Dann kann ich irgendwo rumspringen und ihr könnt mich trotzdem verstehen und auch für die Veranstaltungen und so werden wir mal gucken. Ich zeige jetzt noch mal einiges an Bildern, wenn was dabei rausgekommen ist. Ihr werdet es jetzt sehen, ihr werdet es jetzt noch nicht. Und ja, es scheint ja wirklich jetzt das Wetter sich zu beruhigen. Geht raus, fotografiert, echt schön heute gewesen. Von daher, ja, ich hoffe nach den ganzen Talk-Videos und Erzählbär-Videos, dass das jetzt auch mal wieder angenehm ist, mal wieder ein bisschen mit mir unterwegs zu sein. Okay, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund und wir sehen uns die Tage und jetzt kommen einige Bilder. Und tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.